Im BMW 2 Active Tourer steht ein Head-Up-Display zur Verfügung. Das heißt, ein Anzeigedisplay direkt in der Sichtachse des Fahrers. Damit bleiben deine Augen immer auf der Fahrbahn und hier werden alle Informationen rund um Fahrzeug, Bedienfunktionen, Fahrerassistenz, aber auch Warnfunktionen eingeblendet. Das Head-Up-Display wird automatisch aktiviert. Du kannst aber die Einstellungen des Head-Up-Displays individuell verändern. Über eine Taste am Lenkrad kannst du drei verschiedene Layouts wählen. Die Helligkeit des Head-Up-Displays passt sich immer automatisch an. Weitere Einstellungen kannst du über das Control-Display vornehmen. Die Helligkeit des Head-Up-Displays